Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ausgegrabene Artefakte anzunehmen bei Hochforscherin Delora in Uldum. An dieser Position ist eine wiederholbare Quest, die verfügbar sein kann, wenn so ein Angriff auf Aizocke stattfindet, auf das Gebiet Uldum. In diesem Bereich sieht man auch anhand der Map, Angriff Amathet, nehmen die Quest an. Also wie erwähnt, die Quest kann verfügbar sein, muss aber nicht, alles optional. Da gibt es einige Quests, die sich durchwechseln und nun soll ich die Artefakte sammeln. Hier erkennt ihr die Quest Gebiete, also da, dann hier ein bisschen und da gibt es welche. Ich werde versuchen, das ganze hier zu machen. Da werdet ihr sehen, was mit diesen Artefakten gemeint ist und wie die aussehen. Und vielleicht auch so einen kleinen Geheimtipp, Body sein können, wo man es vielleicht gar nicht erwartet. Ich bin also hier schon im Quest Gebiet und da erkennt man auch schon eins, sieht dann ein Artefakt. Doch beim Wageln sind auch welche, bzw. ist eines. Zwei von acht. Das ist kein gesegneter Sonnenstein. Da hinten sehe ich welche. Und jetzt hier erkenne ich keine mehr. Kann auch sein, dass andere Spieler sie eingesammelt haben. Ich befinde mich hier auf dem Patch Server und nun habe ich drei von acht. Jetzt kann man aber noch hier in diese Löcher fliegen. Also hier, da gibt es mehrere. Ich glaube, in drei Himmelsrichtungen oder vier Himmelsrichtungen gibt es diese Eingänge zu dieser Kammer. Vier Ausgänge, also müsste es vier Eingänge geben. Und hier unten sind auch noch einige solcher dannen Artefakte. Also, falls hier oben keine mehr findet, schaut einfach nach unten. So, da ist auch noch eins. Und nun fehlen mir noch zwei Stück. Mal schauen, ob ich die hier unten finde. Ich bin zuversichtlich, obwohl ich ein Spiel auf hier unten schon sammeln gesehen habe. Da ist das eins. Das ist auch eins. Wunderbar. Jetzt fehlt nur noch eins. Mobs können keine droppen, soweit ich weiß. Einfach hier umschauen. Ein Spieler. Und da vorne ist noch eins. Wunderbar. Das ging doch ziemlich gut und recht flott. Ich befinde mich hier auf dem Patch Server. Also nicht wundern, dass so wenig Spieler unterwegs sind. Nun, ich muss in diese Richtung zu Quest abgraben. Also muss ich hier hinaus fliegen. Theoretisch ist es egal, wo man hinaus fliegt. Aber so spart man sich ein bisschen unnötigen Weg, sag ich mal. Aber im Prinzip könnt ihr auch von dahinten in die Richtung fliegen. Völlig egal. So, gleich bin ich schon beim Abgabe im PC. In dieses Gebäude fliegen. Und da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Hochforscherin Delora, äh Delora. In Uldum. An dieser Position. Hoffentlich konnte ich euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Würft mich freuen, wenn ihr den benutzt. Aizocke. Ende.